Es war ein Schock für alle Fans, als bekannt wurde, dass Beatrice Egli und Florian Silbereisen in einer Krise stecken. Die beiden, die als eines der strahlendsten Paare der deutschen Schlagerszene galten, scheinen nun eine schwierige Phase zu durchleben. Beatrice Egli, die sonst immer mit einem Lächeln auf den Lippen zu sehen ist, hat sich überraschend zurückgezogen. Freunde und Insider berichten, dass sie in den letzten Wochen mehrere Termine abgesagt und sogar gemeinsame Auftritte mit Florian vermieden hat. Was ist passiert? Die Gerüchteküche brodelte, als Beatrice eine geplante Veranstaltung plötzlich absagte, bei der auch Florian auftreten sollte. Quellen aus ihrem Umfeld erklärten, dass Beatrice in einer emotionalen Ausnahmesituation sei und nicht die Kraft habe, Florian zu sehen. Ein enger Freund des Paares verriet, Beatrice durchlebt gerade eine sehr schwere Zeit. Sie ist verletzt und braucht Abstand. Es scheint, als hätte sich etwas zwischen den beiden ereignet, das tiefere Wunden hinterlassen hat. Doch was könnte der Auslöser für diese angespannte Situation gewesen sein? Fans und Medien spekulierten über verschiedene Szenarien von Eifersucht bis hin zu beruflichen Differenzen. Einige behaupteten, Florian habe sich in letzter Zeit stark auf seine Karriere konzentriert und dabei Beatrices Bedürfnisse vernachlässigt. Andere vermuteten, dass Beatrice selbst unter dem Druck der Öffentlichkeit und den ständigen Spekulationen über ihre Beziehung gelitten habe. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Beatrice in einem emotionalen Interview ein wenig Licht ins Dunkel brachte. Unter Tränen erzählte sie von den Herausforderungen, die sie und Florian in ihrer Beziehung erlebt haben. Es war nicht leicht, gestand sie. Wir haben beide Fehler gemacht und uns vielleicht nicht immer genug Zeit füreinander genommen. Manchmal ist es schwierig, in dieser Branche ein normales Leben zu führen. Sie betonte, dass die Liebe zwischen ihnen noch immer stark sei, aber dass sie derzeit eine Pause brauche und ihre Gedanken zu ordnen, um zu sich selbst zu finden. Florian, der ebenfalls in den Medien zu der Situation befragt wurde, zeigte sich sichtlich betroffen. In einem Interview erklärte er, ich liebe Beatrice und es tut mir leid, dass wir uns in dieser Situation befinden. Manchmal verlaufen die Dinge nicht so, wie man es sich wünscht. Ich hoffe, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam überstehen können. Seine Worte zeugten von tiefer Zuneigung und einem Wunsch nach Versöhnung, doch auch er schien zu akzeptieren, dass Beatrice Zeit für sich braucht. Dann kam die große Überraschung, die niemand erwartet hatte. Beatrice kündigte an, dass sie für einige Zeit ins Ausland gehen würde, um sich zu erholen und Klarheit zu finden. Es war ein mutiger Schritt, der viele ihrer Fans erstaunte. Ich muss herausfinden, was ich wirklich will, sagte sie. Diese Reise ist eine Gelegenheit für mich, meine Gedanken zu sortieren und herauszufinden, was das Beste für mich und Florian ist. Die Nachricht von ihrer geplanten Auszeit löste bei Florian tiefe Gefühle aus. Es wurde bekannt, dass er versucht hatte, sie von der Reise abzuhalten, da er fürchtete, dass die räumliche Distanz ihre Beziehung endgültig zerstören könnte. Doch Beatrice blieb bei ihrer Entscheidung. Es ist nichts Persönliches gegen Florian, erklärte sie. Aber ich muss für eine Weile allein sein, um zu erkennen, was ich wirklich brauche. Die wahre Überraschung kam jedoch, als Beatrice nur wenige Tage nach ihrer Abreise ein Startement veröffentlichte. In einem offenen Brief, den sie auf ihren sozialen Medien teilte, enthüllte sie. Florian und ich haben entschieden, eine Beziehungspause einzulegen. Es war eine schwere Entscheidung, aber wir beide glauben, dass es das Beste ist, und herauszufinden, wie es weitergehen soll. Ich werde immer für Florian da sein, um ihn unterstützen, aber im Moment müssen wir uns auf uns selbst konzentrieren. Diese Nachricht traf die Fans wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Die Vorstellung, dass das Traumpaar der Schlagerszene möglicherweise nicht mehr zusammen sein könnte, war für viele schwer zu verkraften. Doch Beatrice betonte, dass die Liebe zwischen ihnen nicht verschwunden sei. Wir lieben uns noch immer, aber manchmal muss man sich selbst finden, und eine starke und gesunde Beziehung führen zu können, schrieb sie. Florian, der ebenfalls eine Erklärung abgab, unterstützte Beatrices Entscheidung und fügte hinzu, ich respektiere Beatrices Wunsch nach einer Pause. Diese Zeit wird uns beiden helfen, Klarheit zu finden. Unsere Liebe ist stark, und ich glaube, dass wir diese Herausforderung meistern werden. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob Beatrice und Florian wieder zueinander finden werden. Ihre Fans hoffen auf eine glückliche Wiedervereinigung, aber vorerst bleibt unklar, was die Zukunft für das Paar bereithält. Eines ist jedoch sicher, die Liebe zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat viele Höhen und Tiefen überstanden, und ihre Geschichte ist noch lange nicht zu Ende geschrieben. Ich glaube, das ist auch noch lange nicht zu Ende fallen. Ich glaube, dass wir eigentlich viel Zeit dieses Mal nicht zu schaffen hatten. Das ist eine SAR-Bereich von cover.